Ganz allgemein besitzen euch Dinge immer mehr als ihr sie besitzt. Hey, grüß dich, ich bin Rolf und das ist mein Bauwagen. Das ist alles eine absolute Minimalausrüstung, weil der Wagen ursprünglich nur als Arbeitszimmer gedacht war, bevor ich hier richtig angefangen habe, drin zu leben. Deswegen wollte ich auch gar kein Bad oder Toilette oder ich wollte noch nicht mal fließend Wasser haben, weil es gar nicht zwingend notwendig ist. Es wäre ein Gemeinschaftshaus hier, wo man duschen kann, baden kann, waschen kann, trocknen kann und so weiter. Nun wollte ich diese Wasserkreisläufe nicht im Wagen haben, weil ein Wasserschaden in einem Wagen fast immer ein Totalausfall ist. Ich bin hierher gekommen 2018 und davor habe ich immer in herkömmlichen Habitaten gelebt. Es war zunehmend bescheidener, also mein letzter Aufenthalt war in der Steiermark in Österreich. Da habe ich mit der Familie einen kleinen Hof gehabt, in so einem Hochgraben. Aber der Wagen war ursprünglich geplant als Schreibstube und sollte eigentlich im Obstgarten neben dem Hühnergehege stehen und nicht hier im Tiny House Village. Bei der Recherche nach einem geeigneten Wagen bin ich einfach mal auf das Tiny House Village gestoßen und fand das halt bemerkenswert, weil die beiden Betreiber so jung waren. Gleichzeitig hatte ich genau deswegen dann auch ein bisschen Misstrauen, als es dazu kam, dass ich nach einem Stellplatz suchen musste. Bin aber trotzdem mal hergefahren und wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Also ich glaube, wir haben am gleichen Tag noch direkt den Pachtvertrag gemacht und vier oder sechs Wochen später war ich dann da. Ja, das ist das Herzstück, ein Ofen, würde ich immer dazu raten. Man kann nicht günstiger heizen und in einer Gegend, wo das Holz praktisch zur Haustür reinwächst, finde ich das auch ökologisch vertretbar. Und der Ofen hier, der hat etwas über 400 Euro gekostet, der hat sogar noch eine Herdplatte, also auf der kann man super kochen. Die hat drei unterschiedliche Hitzezonen und ich mache mir sogar Fladenbrot drauf, also direkt ganz ohne Pfanne und so. Das ist sehr, sehr schön, um den bin ich froh. Also auch der Wohnstil hat Nachteile, wenn du ihm, du kannst ja keine zehn Leute zum Feiern zu dir einladen, ganz einfach. Deswegen ist das eine schöne Sache, dass wir hier ein Gemeinschaftshaus haben und das ist halt auch geeignet, um mal Gäste unterzubringen. Also wenn meine Kinder mal kommen oder so, dann wollen die nicht mehr beim Papa im Wagen schlafen, die wollen schon gerne einen eigenen Raum haben und das ist dann im Gemeinschaftshaus zu lösen. Ja, also da hinten ist die Schlafstadt, die kann man auch so richtig als vernünftiges Bett ausziehen und natürlich auch mit Bettzeug und so weiter versehen. Das ist jetzt alles im Bettkasten, hängt damit zusammen, dass ich gerade in der Endphase eines neuen Buches bin und dann schlafe ich immer nur sehr kurze Sequenzen, lege mich kurz mal hin, zwei, drei Stunden, stehe wieder auf und schreibe und man sieht, der Stuhl und Bett ist nah beieinander, damit möglichst viel rauskommt dabei. Allerdings bin ich dann auch nach ein paar Wochen ziemlich fertig. Also zum einen hätte ich mir nie eine Vorstellung gemacht, dass es so beschäftigend sein kann, am Beginn so einer entstehenden Gemeinschaft mit dabei zu sein. Das geht unglaublich viel Zeit weg. Ich weiß ehrlich gesagt sowieso nicht, weil ich das letzte Mal Langeweile hatte. Es gibt immer irgendwas, über was man nachdenken kann oder dann liest man ein Buch oder hört sich mal ein Konzert an. Alles Dinge, für die man früher überhaupt keine Zeit hatte. Und ein bisschen was muss ich ja doch tun, auch wenn die Kosten stark minimiert sind. Ich gebe Tanzunterricht für Volkshochschulen, weil die dann so die ganze Organisation und so übernehmen. Das ist ganz angenehm. Also ich kann wirklich nur das tun, was ich tun möchte, nämlich tanzen, unterrichten. Und ich schreibe an zwei Buchreihen. Die eine Buchreihe ist eben über das Leben im Tiny House Village und die andere ist eine Fantasy-Buchreihe. In den ersten Tagen, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber es kann sein, in der ersten Woche schon daran gedacht, Mensch, eigentlich sollte man hierüber ein Buch schreiben. Denn anders als in vielen anderen Wohngemeinschaften, alternativen Lebensmodellen, haben wir hier so überhaupt gar keine ideologische Überschrift. Die einzige Schnittmenge ist das Wohnen in kleinen Holzhapitaten. Und das sorgt aber auch für jede Menge Bewegung und Konfliktstoff, aber auch für viel, viel lustige Ereignisse. Und die wollte ich auf alle Fälle festhalten. Ich hatte eigentlich noch nie mehr Platz nur für mich alleine als jetzt. Auch wenn ich in großen Häusern gelebt habe, da ist immer die Familie dabei. Also ich hatte nie ein eigenes Arbeitszimmerchen oder sowas. Oder gar eine eigene Bibliothek. Das habe ich jetzt alles auf engstem Raum, aber tatsächlich nur für mich alleine. Und die Kosten sinken so dramatisch, dass man einfach freier wird in der Entscheidung, ob und wie viel Lebenszeit man in Silberlinge umwandeln will, um einen Haufen Zeug zu bezahlen, den man eigentlich nicht wirklich braucht. Also das ist der hauptsächliche Deal, die Freiheit, die entstehen kann. Wenn man auch da sich ein bisschen bescheidet, also wenn man sich natürlich 200.000 Euro Schmuckschatulle als Tiny House anschafft, dann ist es möglich, dass man diese Selbstverhaftung in dieses neue Leben gerade wieder mit hineinbringt. Aber es gibt super schöne Schaustellerwagen oder alte Zirkuswagen oder Jurten, Wohnkonzepte, die wirklich bezahlbar sind. Und dann kann man sich ein bisschen unabhängiger machen von der ganzen Tretmühle. Man stelle sich einfach mal vor, alle Menschen, die nachgewiesenermaßen eher schädliche Tätigkeiten haben oder mindestens nervige, so wie Callcenter oder sowas, die könnten damit aufhören, weil sie es nicht brauchen, um ihre Existenz zu rechtfertigen oder überhaupt nur zu ermöglichen. Das wäre da wahrscheinlich schon gewonnen für die Menschheit, nur durch Unterlassung. Ganz allgemein besitzen euch Dinge immer mehr, als ihr sie besitzt. Das beherrscht das Denken auf schöne Dinge. Da muss man aufpassen, die muss man möglicherweise im Winter wegräumen und im Sommer wieder raus. Dafür braucht man einen Haufen Raum, Speicherkapazität und so weiter. Also da muss man gar kein Sozialist sein und Eigentum als Diebstahl empfinden, um einfach festzustellen, zu viel Eigentum, was über ein Maß an Bedarf hinausgeht, ist einfach auch nicht gesund für den Menschen selbst.